Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Paladins hier auf meinem Kanal auf Glück oder Können Wind ist Wind ich find schon wieder meinen Zeiger nicht ich find schon wieder meinen Zeiger ah hier darf ich Unterstützer sein? darf ich Koga sein? ja ich darf Koga sein komm ich aus der Liste raus? keine Ahnung äh ja wie gesagt schön dass ihr hier seid, schön dass ihr mein Video guckt und immer kräftig die Glocke aktivieren äh naja ich bin Kuga ich liebe den Kuga ich bin den am allerbesten bei Paladins ich hoffe ich hab auch am Anfang Paladins gesagt ich hoffe ich hab Paladins gesagt im schlimmsten Fall hab ich was anderes gesagt aber nicht versagen das Video fragen ok wir haben wieder eine Wartezeit wir müssen wieder warten wir warten wieder auf eine Zeit die Zeit des Einlockens ähm ja schön an jeden der das Video sieht ich freu mich über jeden der mich abonnieren würde wer tut hat getan danke an jeden der die Videos schaut jeder der mich guckt und meine Videos am besten auch liked ihr seid die geilsten und hier tut einen alten Mann mit einem tierischen Gefallen und zeigt einen Mann der 37 Jahre alt ist ein bisschen Respekt und helft mir aus meiner Mitleids-Prizes raus ich glaube es ist so eine Art Mitleids-Prizes mein Alter noch Youtube anzufangen und versuchen Youtube zu machen ja ist es andere kaufen sie Ferraris Häuser bababab gehen in Spielhallen ich versuch mich als Youtuber aber das macht mir auch mehr Spaß bin ich ganz ehrlich mir Star Bl Uran sieht da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-di mehr sind noch beim einloggen ist das so schön na da die da da oh wir sind jetzt drinnen wir gehen wieder auf Adrenalinen ja ja ich bin mir sicher ok guten Tag Hi du bist aber ganz schön schön oh hast du einen großen und langen Stachligen Ok der stellen Gut, dass keiner weiß, was ich gedacht habe. Ich glaube, ich glaube, in die völlig falsche Richtung von den Feinden her. Aber auch von hinten kann man das Feld auch räumen. Oh, die sind hier. Okay. Oh, die haben den gleichen. Nein, Victor hat mich abgeknallt. Sah aber gut aus. Äh, ja. Nein, ich will das gar nicht aktivieren. Nein, ich drücke jetzt das Falsche. Ja, nicht Granaten womöglich, doch nein. Ich habe so ein Problem mit Zielen heute. Ist der Controller doch im Arsch? Wir haben dich, wir haben dich, Victor. Ich drücke als ERP. Ich muss aber LB drücken. Yo, Enemy Double Kill. Oh, das wollte ich nicht. Was wollte ich nicht? Ich habe schon wieder das Falsche gedrückt. Jetzt habe ich noch LT gedrückt. Ja. Jetzt muss ich ganz nah ran, da kann ich schnetzeln. Ich bin doch der Schnetzler. Ich bin doch der Bachelor. Ich bin der Schnetzler. Hey, Victor. Wo seid ihr? Boah. Oh, kacke. Guten Abend. Ich wurde niedergeknüppelt. Von einer mächtig großen Waffe. Von einem mächtig großen Rattil. Ich dachte schon daneben. Einfach rein. Ah, hat mich schon wieder gekillt. Das gibt es doch nicht, Bro. Was ist mit mir los? Good night. Oh, oh, oh. Es ist dunkel. Ich habe Angst. Ihre Fähigkeit ist, sie macht alles dunkel. Hm. Wo seid ihr Gegners? Wo seid ihr? Wie mir haschen im Tunnel? Irgendwo links. Rechts? Ah, dann. Niemals aufgeben. Niemals aufgeben. Hey, Victor. Oh, wir haben die Runde gewonnen. Wir haben die erste Runde gewonnen. Wir haben die erste Runde gewonnen. So geht das. Ich liebe Kuga. Ist ja klar, dass ein Victor die Punkte holt. Immer ein Victor. Ja, ja, ja. Ist klar. Der Victor mit der großen Knarre. Der holt die Punkte. Und der Kuga mit den Krallen. Nö, nö, nö. No way. Geh in eine andere Richtung. Ja. Oh, nice. Ah, okay. Deswegen. Ah, okay, okay. Okay, okay. Er hat seinen Luftschlag angefordert. Er hat drei Kills gemacht. Und davor den Kill davor. Er hat vier Kills gemacht. Four Kills. Vier Kills. Okay. Ja, Victor, du hast gewonnen. Und jetzt haben wir wieder Wartezeit. Und wir warten, wenn wir Pech haben. Zweieinhalb Minuten. Wenn wir Glück haben. Zehn Sekunden. Na gut, 40. Ja, das Schöne ist also, wir können warten auf die Wartezeit. Wenn wir warten, dass wir warten, dass wir warten, weil wir warten, dass wir... Was glaube ich? Ist es heute so schön? Ja, es ist Wochenende. Das Video nehme ich an einen Freitagabend auf. Jo, es geht los. Hey, wir haben nicht mal lang gewartet. Ist das geil. Unterstützer. Nein, Tank. Unterstützer. Unterstützer. Ich bin Kuga. Ich bin Kuga. Ich bin Kuga. Ich bin wieder Kuga. Ich nehme dieses Video an einem wunderschönen Freitagabend auf. Es ist Wochenende. Eine harte Arbeitswoche ist hinter mir. Ist das geil. Zwei Tage entspannen. Den Körper ausruhen. Und dann geht es Montag wieder in die Arbeit. Und alles beginnt von vorne. Es ist ein ewiger, ewiger Teufelskreis. URA! Naja, so viel zum Thema. Und nicht vergessen. Ihr seid hier auf meinem Kanal. Ob Glück oder Können. Win is win. Und wenn ihr wollt, dürft ihr mich abonnieren. Oder meine Videos liken. Oder in den Kommentaren schreiben. Hey, du bist scheiße. Ja, ich weiß. Deswegen mache ich das Ganze ja. Und hey, immer die Glocke aktivieren. Ich habe gehört, das riecht gut. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung. Ey, neues Video raus. Neues Video raus. Ihr könnt euch auch sagen. Hey, bei mir fest 14.30 Uhr und 15.30 Uhr jeden Tag ein Video. Da braucht ihr keine Glocke bei mir. Ich bin bis jetzt sehr pünktlich. Bis jetzt. Aber bis jetzt ist auch doch jetzt. Weil wenn jetzt nicht ist, dann bin ich vielleicht unpünktlich. Und schon wieder eine tote Stille. Eine so tödliche Stille. Man hört eine Stecknadel weinen, wenn sie fällt. Mhm, ohne Scheiß. Ihr hört sie. Kling, kling, kling. Hab ich gehört. Dass man das hört. Hab ich gehört. Aber es geht rein, nicht mehr aufzulabern. Und los geht's. Natürlich Adrenalin. Ich habe keine Ahnung, was die anderen Sachen machen. Ich bleibe dabei. Alte Wertes. Funktioniert am besten. Alte Besen kehren gut. Warum nicht? Sicher? In die Richtung? Ist es ganz sicher, dass wir in die Richtung müssen? Das hat hier der Teufel verraten, dass in dieser Richtung die Feinde sind. Bin ich ganz sicher. Äh. Okay, diese Runde werden wir verlieren. Es fühlt sich schon so an. Oh, kacke. Ja, ja, ist gut. Du siehst mich. Ich sehe dich nicht. Ich liebe Kogar, weil die Waffen sind so schnell. Die Grallen. Boah. Ja, ich laufe natürlich genau in die Gruppe rein. Oh, ich respawned. Ja, natürlich laufe ich genau in die Gruppe rein. Ist ja auch nice. Nice day. Gute Teamarbeit, gute Teamarbeit. Noch bessere Teamarbeit. Sehr gute Teamarbeit. Ey. Uh. Äh. Also eben waren hier noch Gegner, deswegen habe ich sie aktiviert. Aber. What? Wie hat er mich denn getroffen? Verdammt. Achso. Der hat einen auf Wanted gemacht und hat ihm die Ecke geschossen. Ja, sag's doch gleich, Mensch. Der hat einen Boomerang. Da komm ich an. Oh, Alter, Falter. Und schon wieder hat sie mal das Licht ausgemacht. Und ich habe doch Angst im Dunkeln. Was ganz normal. Und das Echsenvieh hat mich gelacht. Oh, Jesus. Mal den Josef. Aber es ist schon eine geile Taktik. Das ist so wie eine Blendrenat, ey. Immer bloß die Sicht nehmen. Aber egal. Ich bewege dich. Nicht schon wieder, du Großer. Großer, geh weg. 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 Oh, Mann. Hatte der viele Knarren. Was für ein Move. Oh, egal. Okay, wir haben die Videos geschafft. Und schon wieder hat ein Victor gewonnen. Willst du mich verarschen? Habe ich nicht genug Kills auf einmal gemacht? Jetzt fühle ich mich aber beleidigt. Und so it begins. What? Er hat am Anfang gleich so reingehauen. Boom. Okay, ich sage jetzt schon mal danke fürs Zusehen. Und auf Glück oder können, win es win. Ich sage einen schönen Tag, Abend oder morgen, wann auch immer ihr dieses Video seht. Ich bin raus und tschüss. Bis zum nächsten Mal.